Sorry, darf ich dich ganz kurz stören? Ich habe genau 1,50 Euro zu wenig fürs Ticket. Das ist so zufällig. 1,50 Euro? Ja. 1,60 Euro. Hey, super. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Darf ich dich noch ganz kurz aufhalten? Ich brauche das Geld gar nicht. Wieso? Schau, wie hilfsbereit die Leute sind. Und wenn jemand so nett ist, wie jetzt zum Beispiel du und mir das Geld gibt, dann kriegt er was von mir. Und zwar kriegst du von mir 50 Euro. Nein. Doch. Ich habe nur den auch und noch 5 Euro dabei. Und jetzt hast du noch 50 Euro mehr. Du warst jetzt mega cool und hättest mir direkt geholfen. Deswegen kriegst du von mir die 50 Euro. Hast du dir verdient. Wieso hast du mir überhaupt geholfen? Ich habe so gewohnt. Von meinen Eltern gewöhnt. Darf ich dich noch nach deinem Namen fragen? Firas. Firas Mark. Freut mich. Danke, mache ich. Ciao, Firas. Tschüss.